Nachdem eine Frau nach Einnahme eines mutmaßlich gefälschten Diabetes-Medikaments Ozempig in einem Spital behandelt werden musste, warnt das österreichische Bundeskriminalamt, dass das Mittel noch im Umlauf sein könnte. Das Bundeskriminalamt spricht von mehreren Betroffenen. Über ihre Anwältin macht die betroffene Frau darauf aufmerksam, dass sie die Abnehmenspritze nicht online bestellt, sondern von ihrem behandelnden Arzt, also über eine legale Quelle, gekauft habe. Den entsprechenden Artikel habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Informiere dich und pass auf dich auf. Und wenn du immer wieder zusätzlich zu meinen regulären Videos einen aktuellen Betrugsalarm bekommen möchtest, dann brauchst du nur kostenlos meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn du dieses Video auch noch in deinen Social-Media-Kanälen teilst, dann warnst du auch andere. Ich danke dir schon mal und sage Servus bis zum nächsten Video.